Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Street Fighter 6 Video, wir sind hier um jetzt, ich habe im Stream schon mal einen 5er Run, Arcade Run gemacht, jetzt machen wir einen vollen Arcade Run mit Manon, mit der Farbe, die ich gerne spiele, die Story kennen wir schon, deswegen, wenn wir die überspringen, Geschichte an, Bonus-Age an, Kommentar aus, sehr schön. Die Story kennen wir schon, daher werden wir jetzt die True machen, dann wollen wir mal gucken. Let's go, baby. Keine Energie mehr. Bye, bye. Mist. Wollt ihr mit einem, naja, okay. Das kriegen wir schon hin. Gucken wir herab auf Ken Mask. Bek. Okay. schön come on Ja, wie gesagt, sie ist an sich sehr überschaubar, ein bisschen überschaubar, Wurf-Ästhetik. Aber, wie gesagt, irgendwie gefällt sie mir auch vom Stil her. Alter, die hat komische Face-Inspirations. Also, ein paar Kombos kann sie, aber die sind sehr überschaubar. Ihr größte Stärke sind halt die Judo-Tricks. Weg mit dir! Hm, sie verbergt die Anstrengung gerne. Okay, Menno! Ah, ein Trak. Macht es, ha ja! Wbellen wir es nicht! Ja, ich habe immer Angst, dass ich 4 drauf hast! Drei Kranken! Drei Kranken! Mann! 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 Overkill! Gegen ein Auto. Sehr schön. India, baby! Gegen Dalsen! Das wird schwer. Komm mal an, Dalsen. Mach mich nicht arm. Das war gut. Wenigstens auf Level 2 gebracht. Let's go! Let's go! Ah, du Arsch! Weg! Hätten wir Fass! Hätten wir Fass! Mann, Mann, Mann! Geil sind wir! Bäh! Let's go! Bäh, Wäh! Bäh, 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 Bäh! Perfekt K.O. Baby! Dance for me, Blanka, dance for me! Piss wurden Elektroschirks, ein Dschungel-Safari, volle Überraschung, ha! Ha! Yes! Geil! Oh! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ah, come on. Ah, der Sprung ist aber weit. Komm, Baby! Baby! Boom! Wie ein Schwan. Durch. Ja, meine Finesse mit Manon, wie gesagt, das ist relativ schwierig. Aber ihr habt Spaß. Basketball, was ist das? Let's go! Ja! Hab ich gesehen! Ja, ich hätte alle blocken können, aber ich wollte unbedingt Perfect Parry machen. Aber das ist ein bisschen schwierig noch für mich. Jamaica, Baby! Bring the heat, Baby! Come on! Ja! 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 Oh, yeah! Ja! Hey! Ja! 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 Ja, das war gut. Ich könnte ja öfters mal ein paar Decks hier machen. Das mache ich ja so selten. Ja, der grabbt sehr viel. Ja, DJ haben die. Mega cool. Oh man. Ja, das war gut. und hier level 3 baby kimi problem Was? Fuck off! weg grabten wir sie weg baby okay let's go come on ja die haben angst die cpu hat angst ja grab mich tot bich let's go Und, weg. Einmal Level 3, einmal den Griff, weg. Schwierig. Okay. Mr. Petrovic. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. You bastard? Ach, come on. Come on. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Und, Marissa Baby. Die Story kennen wir schon, dass Marissa hier, äh, ihre Rivalin ist. Let's go. Let's go. Sehr schön. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay, die hat mich jetzt sehr gut unter Druck gesetzt. That was a beautiful fight. Let's go. Man, man, man. Ich bin mal. Let's go. War einmal schön dancen. Ich wusste, dass das passiert. Sehr schön. Okay, dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch mal bekommen haben. Bitte sehr. Oh, cooles Artwork. Hinana. Oh, Manon. Ja, das sind die normalen Artworks. Charakterdesign, Manon 1. Ja, das ist super cool. Na, Ackiman. Nee, Shinkiro. Ah, Shinkiro. Mario vs. Capcom. War das Super Street Fighter? Nee, Ultra Street Fighter 4 schon. Na, Juri. Für Street Fighter 5. Okay, das ist wahrscheinlich für New Challengers. Und das war's. Okay, alles klar, meine Damen und Herren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Fighting Stage bzw. Street Fighter Zeit gefällt, hinterlasst ein Abo da und ringt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin die Kay, das ist Game Stage 5 und wir sehen uns wieder dort, wo der Kampf am meisten schmerzt. Und zwar auf der Straße. Bye, bye. 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 Bye.